Der Helikopter, hier unterwegs, auf die Valuma-Spitze, auch hier ein Kamerateam an Bord. Dieser Helikopter begleitet euch auf eurem Köhlenritt ins Tal. Die ganze Strecke wird mitgefilmt. Alles zu sehen auf St. Antomalberg.com. Und jetzt nochmal alle Hände in die Höhe aufwärmen, alle springen mit, alle geben alles. Das sind Bilder, die gehen rund um die Welt. Ein Kultrennen mit lauter, verrückten, wahnsinnigen und liebevollen Menschen. Der Weiße Rausch 2010 hier in St. Antomalberg, live von der Valuma-Spitze. Es geht hier los mit einem spektakulären Start hinunter. Dann kommt eine Rechtskurve. Anschließend ein ganz kleiner, klitzekleiner Aufstieg. Und dann heißt es runterfahren. Geschwindigkeit gewinnen.